Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse. Heute schauen wir noch einmal ein paar Aspekte, astrologische Aspekte im August an. Ich bin im letzten Monat schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass das ein Krisenmonat ist. Ich habe um Wirtschaftskrise, Beziehungskrisen gesprochen, die da in der Luft liegen können und möchte da jetzt noch einmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil die Konstellationen im August noch viel mehr beinhalten und die ganze Energie ein bisschen so zu einem brodelnden, wie soll ich denn sagen, da kocht etwas hoch, da schaukelt sich auch etwas auf, was aber vielleicht noch ein bisschen im Untergrund ist und noch nicht so ganz hoch brechen kann. Und heute möchte ich dir mal sagen, wo sich das auch in deinem Leben auswirken kann und worauf du auf jeden Fall achten solltest, jetzt auch im August. Wir haben ja den Jupiter im Zeichen Zwillingstil. Und Jupiter hat jetzt dann ein Rendezvous, so um den 8. rum, mit dem 8., 9. August, mit dem Mars. Also Mars, Jupiter treffen sich mal im Zeichen Zwilling. Was bedeutet denn das? Zwilling ist so die Beweglichkeit. Zwilling ist natürlich ein Luftzeichen. Es geht um die Kommunikation, es geht um etwas Erforschen, offener sein. Es geht um Wissensaneignungen, aber es geht auch um das Reisen. Und der Jupiter ist ja einer, der im Geiste weit reist und der Zwilling möchte ja auch so beweglich bleiben und reisen. Und wir haben Urlaubszeit, da brauchen wir nicht reden. Und jetzt haben wir in dieser Urlaubszeit einmal Jupiter im Reisezeichen Zwilling, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich wirklich so dieser Wunsch nach der Ferne, weit weg zu gehen und eben zu reisen. Und der Mars gibt noch einmal die Energie rein, dass man eben sagt, okay, es könnte eben bei Reisen hektischer zu gehen, es könnte, man könnte Stress haben. Also wenn du da das Gefühl hast, du neigst da irgendwie so ein bisschen zu, zu, zu Unsicherheiten. Gerade mir fällt jetzt einfach mal so Reiseangst, Flugangst oder diese im Auto, wenn dir schlecht wird. Also wenn du solche Sachen hast, dann bitte einfach da vielleicht vorher schon einmal ein bisschen so autogenes Training machen, und meditieren, dass du da besser runterkommst, weil das ist einfach so eine Konstellation, wo das nochmal aufgeschaukelt werden kann. Und der Wunsch zu reisen ist natürlich da, der aber natürlich auch durch den rückläufigen Merkur, wo es ja darum geht, der jetzt im August ja dann rückläufig wird, wo es ja darum dann geht, quasi, ja, Maschinenbeweglichkeit noch einmal, also Merkur ist ja Herrscher von Zwillingen, alles Mechanische, dass das eingeschränkt wird, dass da Maschinen kaputt gehen können. Aufpassen sollte man eben bei Abmachungen, bei Verträgen im August. Und da ist auch der Merkur eben so rückläufig, das heißt, der bremst auch nochmal diese ganze, diese Reisedynamik, die eigentlich sehr aufgehen würde, bremst nochmal da auch dieser Merkur. Das heißt, es kann wirklich dazu kommen, dass man sagt, man bucht etwas falsch. Man hat vielleicht irgendwelche Tickets nicht korrekt ausgedruckt, man hat etwas übersehen. Also das würde ich wirklich ganz genau prüfen, auch noch einmal bevor eine Reise losgeht, gerade wenn ich eben abhängig bin von Reiseanbietern, von Fluglinien. Also das bitte ganz genau checken, weil da kann es wirklich zu immer mehr Verzögerungen kommen. Das nächste, was da drauf ist mit Jupiter und Mars, ist das Quadrat zu Saturn. Und Saturn steht im Fischezeichen. Und Fische kann man auch als das, ein bisschen weiter weg, das ferne Ausland, so ein bisschen auch mitinterpretieren. Das ist immer so weg vom Alltag, Fische, wenn du das so hernimmst. Und wenn man sagt, Saturn schränkt ein, also Saturn ist die Grenze, ist das Beschränkende, sind die Regeln, dann kann es da auch zu Regeln kommen aus dem Ausland, sage ich mal, die du vielleicht nicht beachtet hast bei deiner Reise. Hast du alle Impfungen, hast du alle Visa, hast du das alles gecheckt? Also da würde ich auch noch einmal schauen, denn das kann da einschränkend wirken auf deine Reisepläne. Es kann auch sein, dass eben wirklich Regeln aus dem Ausland, irgendwelche Auflagen, womöglich auch durch die kriegerischen Unruhen, die wir jetzt auch wieder haben im Nahen Osten, dass da neue Regeln kommen, Flüge gestrichen werden, dass da einfach etwas sich zusammenbraut und dass deshalb auch so die Urlaubsreise nicht ganz so rund läuft wie geplant. Das heißt jetzt nicht, dass das immer die Riesenkatastrophe sein muss, aber das können einfach so kleine Ärgernisse werden. Und eben diese Spannung Jupiter, Saturn, ich habe es ja schon beschrieben, auch im letzten Video eben auch, was das Wirtschaftliche angeht. Wir hätten eigentlich jetzt mit dieser Konstellation Zwilling, also Jupiter in Zwillingen, im Handeln, in der Wirtschaft, mit Mars auch noch einmal neue Projekte, neue Sachen angehen, die aber immer ein bisschen so zurückgebremst werden noch von Saturn. Und das ist eben wirklich so dieses Spannungsfeld. Also für Privat würde ich sagen wirklich Reiseverkehr, einfach beobachten, bitte genau sein, da einfach aufpassen und wirtschaftlich, wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist, dann schau da einfach mal, also auch wenn du gerade dabei bist, so Dinge, Schritte zu setzen, vielleicht neue Projekte anzugehen, dann kann das jetzt eine Zeit sein, wo das einfach blockiert, wo es vielleicht besser ist, du schnaufst mal durch, setzt dich an den Swimmingpool, setzt dich an den See oder machst den Kurzurlaub irgendwo hin, bevor du jetzt mit dem Kopf durch die Wand gehst oder irgendwo frustriert irgendwo feststeckst. Also das sind sicher so wirtschaftliche Einschränkungen, die da erlebbar werden und die da auch drinstehen. Das nächste, was ja drauf ist, unter diesen Konstellationen, ist ja dann so ab Mitte August, kommt ja dann noch einmal dieser Brennpunkt Beziehung dazu. Also da haben wir dann so ab 15. August auch noch einmal ein Quadrat zwischen der Venus und dem Mars. Und das ist dann noch einmal so dieser Prüfstand Venus-Mars, das ist dann noch einmal so dieser Prüfstand der Beziehungsebene. Also da geht es dann wirklich ganz klar darum zu sagen, okay, wie geht es mir in meiner Beziehung, ist diese Beziehung passend für mich, ist diese Beziehung nicht passend für mich? Und da würde ich auf jeden Fall mal auch darauf achten und aufpassen, denn es kann sein, dass man da sehr kritisch und prüfen wird mit Venus in der Jungfrau. Das ist so ein forschender Geist, man macht sich da genaue Gedanken, man prüft so Beziehungsgeschichten einmal genauer für sich durch und analysiert da vielleicht auch und über-rationalisiert oder analysiert da auch vielleicht. Also da bitte aufpassen, das ist definitiv so eine Konstellation, wo Spannungen vorprogrammiert sind, auch im privaten Bereich. Also da bitte einfach schauen, kann sein, dass es da Beziehungen, dass es da Krisen gibt, dass man da immer reden sollte miteinander. Und da sind wir bei der Kommunikation natürlich auch bei einem anderen Aspekt von Mars, Jupiter, nämlich, dass man zu viel sagt oder zu schnell mal etwas, die Emotionen, die Meinungen dann auch hochgehen. Und da würde ich auch auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Die nächste große Konstellation ist das Trigon Uranus und Pluto. Der Pluto ist ja auch noch rückläufig und Rückläufigkeit ist ja immer so eine Energie bei Planeten, wo es mehr ums Innen geht. Da wirst du im Außen nicht so viel erreichen können. Das ist eher so die Bremse außen und das ist eher der Innenweg, kann man das so deuten. Da geht die Reise nach innen. Mit Uranus, Pluto, Trigon, das ist auch noch einmal so, das kannst du auch noch einmal als Freiheitskampf sehen. Das heißt, dass Demonstrationen mehr werden, dass man da mehr hört, dass da auch immer Geschehnisse vorkommen, dass man da immer ein bisschen was erfährt. Also dass da wieder so der Kampf für die gute Sache, für die Gerechtigkeit, dass man sich einsetzt mit dem Uranus im Stier, ist das natürlich auch der Kampf ums Klima, ganz klar. Also das ist immer so diese Aktion, so Klimakleber und diese Geschichten. Das passt natürlich in diese Konstellationen rein und da kann es sein, dass man mehr aus dieser Ecke auch erfährt, jetzt wieder im August. Weil eben dieser Freiheitskampf, das ist jetzt nichts, was weiß ich, wie negativ beladen mit einem Trigon, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sagt, okay, da ist was aktuell. Und Pluto rückläufig, das ist natürlich schon so eine, auch noch einmal eine Energie, wo du auch noch einmal gut deine inneren Themen, deine Ahnenthemen, die anschauen kannst. Also auch so emotionale Verletzungen, alte Wunden können dir da sehr gut gezeigt werden. Das kann auch mal sein, wenn du jetzt irgendwelche Erlebnisse hast oder gerade eine schwere Zeit durchmachst, dass das eine gute Zeit ist, da auch Heilarbeit zu machen. Ich möchte jetzt nur hinweisen, also wenn du sagst, hey, ich brauche da mal ein Coaching oder eine Sitzung auch auf der energetischen Ebene oder astrologische Beratung, kannst du dir ja gerne einen Termin ausmachen. Also wäre für sowas eine gute Zeit oder mal einen Kurs zum Beispiel bei mir machen. Muss natürlich nicht bei mir sein, aber ich sage nur einfach, das ist eine gute Zeit, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt und da mal drauf schaust. Ich werde es jetzt eh auch demnächst auf die Homepage stellen, wie da so neue Kurse und neue Kursangebote da sind, Ausbildungen da sind, wo die bestimmt auf diese Zeit auch hingerichtet werden und wo auch der Fokus hingeht. Noch einmal auf Pluto-Themen, Pluto im Horoskop, Karma lösen an dieser Stelle. Also wenn du da Interesse hast, schreib es mir gerne auch in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde da demnächst einmal was anbieten. Ja, der August, wie gesagt, also das ist ein spannendes Monat. Das ist ein Monat, wo Vergangenes nochmal aufleben darf, vielleicht transformiert werden darf, endgültig und gehen darf oder in eine neue Form gebracht werden darf. Das ist ein Schmelztiegel, ein Brennpunkt. Und es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sage, okay, für Urlaube, für Reisen, einfach bitte bewusst sein, mach dir, triff deine Vorsorgen, checke deine Themen wirklich durch und dann sollte das eigentlich ganz gut laufen. Es ist halt eben, obwohl es, oder gerade weil es so ein Sommermonat ist, weil es eher eine Urlaubszeit ist, jetzt auch so bei uns, Österreich, Schweiz, Deutschland, dass man sagt, okay, vielleicht kriegt man es nicht ganz so mit oder kann man sich etwas anders rausnehmen aus den ganzen Themen. Also das ist durchaus möglich, aber es bereitet schon, ja, die Energie steht. Und das ist wie an einem heißen Sommertag, wo wirklich die Hitze steht, wo du das Gefühl hast, okay, du bist unter Druck alleine schon von dieser heißen Temperatur. Dann ist das natürlich so ein bisschen so ein Bild für die jetzige Konstellation, für die jetzige Energie. Also da kommt schon ein bisschen ein Druck daher. Wie gesagt, also wie stark du den spürst, was du für eine Zeit durchmachst, das ist ja immer individuell, wie dann so deine Transite auch laufen. Aber am Ende des Tages solltest du das schon spüren und halt einfach mal so die Augen offen, was sich da tut jetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit, jetzt auch im August. Wir sehen uns demnächst wieder. Vielleicht auch mal live hier in Linz bei mir oder auch über Zoom, auch eine Sitzung. Und ich hoffe auf jeden Fall, du hast eine gute Zeit. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017